1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 7. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 14. 11. 14. 15. 16. 15. 16. 17. 22. 25. weißt du? was hast du gemacht? wer hat geschossen? ich hab grad nen Pickel vom Helm gesehen, aber schon getroffen ist der Helm weg geht in der oberen Kante vom Helm kannst du den Helm dem vom Kopf schießen also manchmal ist mir schon mal passiert den hab ich aber durch den Kopf weg gepustet leck mich, es sind noch zwei, scheiß Camper da musst du aufpassen, da ist so viel wo die Wichser hocken ich dachte, das wär nur einen, ey das waren Zwillingsbrüder die Wichser die Wichser die Wichser die Wichser die Wichser die Wichser der die So könnte ich ihn ablenken, da könntest du die ganze Zeit heizen. Ich bin quasi schon dran vorbei, aber ich hab nichts zum Schießen auf dem Panzer. Au. Einen hab ich erwischt. Na gut. Aber ich war zum Schießen auf dem Panzer. Tu das. Ich versuch mal den Alarm auszumachen, das ist ja lästig. Bleib ja liegen, ey. Oh scheiß. Oh, ok. Ja, mein Tant will irgendwas. Ich mach mal Aufnahmestopp und kurz hier. So, da bin ich erstmal wieder. Juhu, wird Freude. Hab ich was verpasst? Panzer tot und sowas? Ne. Ne, ich tot ja. Du tot ja, zum x-ten Mal oder so. Zum 05. Am 05. Am 05. Seitdem ich weg oder insgesamt? Insgesamt. Naja, geht noch. Oh, und Alarm hast du dann noch nicht aus? Ne, ich bin eben gerade da oben verreckt als ich ihn ausmachen wollte. Oder reingehen wollte, sagen wir mal so. Ok. Ok. Da hat irgendjemand gemeint, er müsste mich erschießen. Na gut. Dann bitte ich nochmal mein Glück ein bisschen versuchen. So. So. Wie sieht's eigentlich vorm Haus aus? Weißt du da was? Ja, irgendwie. Oh. Ne, ok. Satz mit x. Galt das dir oder galt das mir? Das galt, äh, mir. Oh, die ruft schon wieder. So. Wie geht das dem Panzer? Ähm, geht das gut. Gut. Das ist scheiße. In der Tat, ja. Mir geht das auch gut, danke der Nachfrage. Oh, als ob das ÖN einen interessiert, ey. Verreg doch. Hehehe. Na, kann immer lang dauern. Ja. Ich wäre jetzt grad mitten im Wespenest reingekrochen. Dann muss man sich nicht wundern, wenn man stirbt. Ah, ich hab noch gelben Balken, von daher. Aha. Da ist noch ein gelben, ja, das hört man schon die ganze Zeit. So. Wo ist die Gurke von Panzer? Bist du rechts rum, oder wie? Ich bin hinten rum, ja. So. Okay. So, hoffe ich einfach mal, dass ich bis zum Panzer komme, ohne von irgendwo erschossen zu werden. Ja. Da dürfte gleich losgehen. Oh, ne. Mit dem nicht erschossen werden scheint schwierig zu werden. Okay. Bei diesem Panzer habe ich eine verpasst. Und Panzer ist am Arsch. Panzer ist am Arsch. Da ist auch schon mal viel wert. Hör. Oh. Wieken. Gucken wir uns noch ein bisschen das Gelände hier an. Sehen Sie sich das an Mitchell? ich schätze sie brauchen noch mehr c4 um es in die luft zu jagen halt auto machen wir auch mal weg, die lampen geben auf den zenten gut wenn ein durch viel zu viel die lampen brennen alles richtig ja dann machen wir hier ein let's play video man wird immer noch erschossen wenn man versucht über die straße zu gehen ja ja das ich jetzt erschossen wurde das diente halt einfach nur der recherche ja also hat also nichts damit zu tun dass du talentfrei bist oder so ne 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 das war absolut geplant um äh mögliche positionen die wir einnehmen können herauszufiltern naja gut und gewisse positionen eindeutig auszuschließen ht wayne ein funktionier zu haben ja ich weiß, dass ich auf der straße nicht sicher bin es ist gut hh ha super Das hätte ich dir auch sagen können, ohne dass du dich jetzt erschießen lassen. Ja, das hätte man dann vermuten können, aber mit Gewissheit... Du kannst ihn gerne nochmal ausprobieren, weil ich habe den, der dich erschossen hat, glaube ich, jetzt erledigt. Ah ja. Tori, der lautlose Killer. Ich habe gar nichts gehört davon, dass ein Schuss gefallen ist. Ich habe ja auch Schalldämpfer drauf. Oh, ich habe ja auch Schalldämpfer drauf. Ah, ich bin was Besseres. Ich liebe meinen Schalldämpfer. Ich bin ein Geist. Schalldämpfer sind mein Leben. Ah ja, jetzt übertreibt man nicht, aber... Ja. Ich habe auch Schalldämpfer. Wenn ich schieße, ist der ruhig. Ah, super. Das ist eigentlich ganz praktisch. Es ist nur scheiße, wenn er zuerst schießt, ne? Also, da hat der auch Schalldämpfer drauf. Deshalb bin ich nicht ruhig. Ah, naja, das ist der Glückwunsch. Das heißt, wer schießt schneller. Ja, aber ich komme wieder. Ah, eher nicht. Ja, eher nicht, ne? Ah, das wäre hier schon ein ganz schön bitteres Spiel, wenn das so hardcore zocken wird. Du hast was ein Leben, wenn du verkackst. Ist es verkackt. Na gut, ich sag mal so, bei der Story ist das so. Du kannst ja die Kampagne auch um Multibare spielen. Ja, nee, ey, ist richtig, aber du kannst halt dann nochmal spielen. Ich meine, jetzt so. Ist so, man ist weg. Ich weiß gar nicht mehr, welchem Spiel war der denn noch. Oder auch. Oder gar nicht mehr, save. Also, das ganze Schwierigkeitsgrad. Oh, war ein Schwierigkeitsgrad. Kein save, kein Dings, kein respawn. Durchspielen ohne zu sterben oder fertig. Ah, ja, doch. Ist klar, Minecraft. Daher war das. Da kannst du das auch einstellen. Wenn du Minecraft im Singleplayer spielst, kannst du Hardcore einstellen. Hardcore ist, du hast nur das Leben, was du hast. Ich weiß gar nicht mehr, wie 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 du hast.